Servus, grüßt euch und hallo. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist der Felix, was macht der Typ überhaupt und wer ist das überhaupt? Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich bin der Pirmin25, frisch von der Uni und der Neue hier bei Gameswelt. Ihr könnt euch dazu gerne auch die letzte Folge InsetCoin reinziehen, Nummer 584 glaube ich ist das. Und da stelle ich mich so ein bisschen vor mit dem Felix zusammen, da quatschen ein bisschen über mich und dann kriegt ihr vielleicht den ersten Eindruck. Und damit auch willkommen zu dieser neuen Videoreihe. Mein erstes Mal mit heute Assassin's Creed Valhalla. Mein Chef hat gedacht, es ist lustig den PC Zocker an die Konsole zu setzen und einfach mal alle neuen Spiele spielen zu lassen, die er nicht kennt und kann. Toll. Nein, Spaß beiseite. Bisschen Assassin's Creed kenne ich und kann ich auch, bin aber mal gespannt, weil ich wie gesagt eher auf dem PC zocke. Und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit nach Norwegen. So und damit willkommen in Norwegen. Fragt mich nicht, wie diese Stadt heißt. Ich kann kein Norwegisch. Wenn es mir wer beibringen will, könnt ihr euch gerne melden. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal diese Stadt an. Ihr seht hier auch schon unser kleines Räuberboot, mit dem wir dann die Welt, Welt ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. Norwegen und England besegeln können. Aber das benutzen wir erst gleich. Ich würde sagen, hier seht ihr auch das Wasser. Es sieht schon sehr, sehr schön aus. Haben sie gut gemacht. Wir sehen es vielleicht nachher auch noch, wenn wir übers Wasser fahren. Ich habe vor dieser Aufnahme nicht viel gespielt. Also wir haben einen kleinen Spielstand vorbereitet. Wir haben ungefähr vier bis fünf Stunden diesen Account gespielt. Das war aber nicht ich. Ich habe maximal eine Stunde Tutorial gespielt. Heißt, ich kriege gerade so die Steuerung hin. Artet vielleicht noch ein bisschen Button Smashing aus. Aber das sehen wir dann, wenn es zum Kämpfen kommt. So und da seht ihr auch schon dieses Wikingerdorf leicht verschneit, wie sie es für Norwegen natürlich gehört. So und dann gucken wir uns das Ganze mal ein wenig von der Nähe an. So viel ist jetzt nicht los, außer der ist. Den ist kalt. Sollte man was anziehen, der Gute, sonst kriegt er noch einen Schnupfen. Böse, böse. So. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen was machen, weil da hinten ist das eine Festung. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Wir laufen mal hier rechts. So. Wir können hier auch reiten. Nehmen wir direkt mal. In Skyrim hätte ich jetzt schon tausend Münzen Kopfgeld bekommen für dieses Pferd stehen. Hier scheint es keinen zu interessieren. Finde ich aber nicht so schlimm. So. Ihr seht da oben auf dem Kompass auch schon diesen blauen Punkt. Mal schauen, wie nah der ist. Wir können auch mal in die Karte schauen. Das ist ein kleines Bett und ist ein bisschen weit weg. Dann machen wir lieber mal den Goldbarren hier neben uns. Wir gehen doch in die Festung rein. Egal. So. Sieht schon nicht schlecht aus. Also wir hinterlassen ja auch unsere Fußspuren im Schnee und alles. Und Stavangar. Jetzt wissen wir auch, wie das Dorf heißt. Stavangar. Ganz wichtig. Die Weltmetropole. So. Und ab da vorne sieht's. So. Setz mal ab. Ach ne. Wir sind immer hier nicht da. Hä? Ah, doch. Ja. Jetzt wird der Kompass oben auch rot. Das sieht man jetzt. Jetzt sind die mir nicht mehr so freundlich. Wir sind deswegen ducken wir uns mal. Der sieht uns auch schon. Aber wir haben hier unseren Odin-Sinn. Einen legalen eingebauten Wikinger-Wallhack, mit dem wir uns alle Gegner in der Nähe markieren können. Und jetzt sehen wir auch schon, das ist gar nicht mal so schlecht bewachtes Lager. Aber ich hab was dafür. Ich muss sagen, ich liebe Bögen. Und sie sind auch in diesem Spiel verdammt stark. Leute, die schon mehr Assassin's Creed gespielt haben, erinnern sich vielleicht auch dran an die Sache mit dem ersten Assassin's Creed Teil. Da war, glaube ich, eine Armbrust mit drin. Haben sie dann weggelassen, weil sie zu stark war, dass das ganze Gameplan nicht mehr funktioniert hat. Jetzt ist es wieder da und vom Gefühl her, wenn man genug Kampfdistanz hat, ist der Bogen auch schon echt stark, wenn man denn den Kopf trifft und das nur so normale Leute sind. So, jetzt kommen wir. Uh, Attentat. Ähm, RB, wo ist man? Da. So. Ah. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns gleich alle sehen. Aber egal. Auf geht's. Oh, wow. Okay. Okay, sie interessiert sich. Okay. Das mit dem Schleichen war vorbei. Äh, wir kämpfen noch mal. Äh, äh, stampfen? Stampf doch! Lock. Hallo? Lock. Ja. Schwere Angriff. Ah, jetzt. Jetzt ist er da. So. 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 Ja, diese Axtdurfspezialfähigkeit ist sehr schön. Da können wir, glaube ich, im weiteren Verlauf des Spiels immer mehr freischalten. Hohe Gewalt. Okay, da ist keiner. So. Lesen. Lesen. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an Sommer. Wie wird sich jeden Verlust im Blut? Ja, ja. Wird er machen. Aber wir wollen ja plündern. Und das haben wir geschafft. Einen Kohlebarren. Ich glaube, damit können wir dann unsere Siedlung ausbauen, wenn wir dann in England gelandet sind. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Deswegen. Wir haben geplündert. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Und jetzt. Gehen wir hier auch wieder nach draußen. Zurück. Also, den ist, glaube ich, allen warm in diesem Spiel. Die haben alle nicht so viel an. Gut, wir laufen zumindest rum und betätigen uns sportlich. Aber... So. Halte Steuern um, um dein Langschiff zu rufen. Ne, ich will... Da. Da will ich hin. Was ist hier? Sprechen. Shall we lock horns? Drink it down faster than me. You take the price. Wir trinken jetzt. Alles klar. Wir bieten eine Wettsäche an. Grüße an die Rocket Beans. Nein, ähm... Einsatz? Ja, wir sind Wikinger. Wir können trinken. Äh... Hoch. Wir trinken. Ah, okay. Jetzt sind mehr da. Ach so. Hä? Aha. Muss ich warten. Ach so. Je näher das in der Mitte ist, desto besser. Nee. Okay. Ah, okay. Minispiel. Verstanden. Wo man früher noch Mühle gespielt hat. Tu mir jetzt wettsaufen. Gefällt mir. So. Tak, tak. Okay. Trink. 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 Balance noch zwischendrin halten. Genauso nicht. Trink. Trink. Sie ist ein bisschen vorne. Wir müssen aufholen. Wir hätten vielleicht doch nicht schwer nehmen sollen. Okay. Diesmal nicht umgefallen. Und im Tempo... Nicht im Tempo. Da sag ich's schon. Da sag ich schon und ich komm... Ja, das war's. Das war's. Ja. Ja. Ja, meine Leber war schon mal trainierter. Sagen wir mal so. Ja, yo. Alles klar. Also ihr spielt das jetzt nicht, aber meine Steuerung ist deutlich schwerer und schwammiger glaube ich nicht, aber ist einfach alles viel langsamer. Das ist unser Boot mit fleißigen 1, 2, 3, 4, 5, 10 Ruderern und einem Steuermann oder einer Steuerfrau. Keine Ahnung. So. Äh. Segel setzen. Wir wollen... So. Schauen wir mal, wo wir hinfahren. Wir wollen ja ein bisschen was machen in Rikjavshilki. Also wie ihr seht, das Wasser ist sehr schön. Man sieht sogar hier so... Also die Unterwasserpflanzen sind auch schon gut getroffen. Also das ist schon schick. Aber jetzt plündern wir. Und pusten unser Wikingerhorn, aus dem wir vorhin noch getrunken haben. Alles klar. So. Erstmal scannen. Da sehen wir auch schon die ersten Gegner. Warte. Können wir dich von hier? Ja. Aber jetzt geht der wieder weg. Da. Da. Äh. Ausweichen. Ausweichen. Ah. Da. Ja. Ausweichen. Auch so eine Sache, die ich mir noch nicht eingebläut habe selber. Was kommt her? Da unten. Da unten. Ja. Da. Da. Da wäre wieder der... Da wäre der Zeitpunkt zum Ausweichen gewesen, was ich, wie immer, nicht mache. Ja. Und die fangen hier wieder an, alles anzuzünden. Nirgendwo kann man die mit hinten hinnehmen. Die machen alles kaputt. Legt die gerade ihren Bogen auf? Ne, die lehnt sich da drüber. Irgendwo werde ich abgeschossen. Uh. 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 Das ist der Anführer, wie es da steht. Ah. 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 So. Okay. All die Gegner sind schon mal deutlich zäher als das Imperium, weil wenn da der Chef stirbt, laufen alle weg. So. So. Und da ist... Da haben wir die Truhe wieder und kriegen wieder wahrscheinlich unseren... Doch nicht unseren... Kohlebarren. Sondern einen... Neuen Bogen. Ich würde sagen, den probieren wir gleich aus. Hm. Hm. Kennt ihr diese Bereiche, die schon so aussehen, als ob da gleich ein Bossfight kommt? Ja, und da kommen sie auch schon. Ist zwar kein Boss, aber... Ah. Okay. Den zieht man nicht mehr auf den Bogen. Sondern feuert nur noch. Okay. Hä? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Äh. Fuchteln? Fuchteln? Ah. Geht weg? Nächste Fähigkeit. Achso. Da kommt der wieder. So. Hm. Der Bogen hat mir nicht so ganz so gut gefallen mit dem direkt rausschießen. Ich fand den anderen besser mit dem, wo man aufziehen kann. Klar, ich hab dann bei dem jetzt ein tolles Visier gehabt. Keine Ahnung, ob das vielleicht beim Jagen hilft oder so. Oder für die besseren Headshots. Ja. Aber ich fand das mit dem Aufziehen und Halten cooler und erst feuern, wenn man's loslässt. Der hat ja wirklich zack, fire and forget. Und das finde ich nicht gut, weil ich nicht so gut zielen kann. Wenn der direkt raus ist, dann hau ich die Hälfte ja sonst wo hin. Michael Bay Filmrumfahrt mit der Kamera. So. Auch gemacht. Ein Ding weniger auf der Bucketlist. Nein. Aber ich finde die Atemwolken beim Sprechen eigentlich auch ganz schick. So. Wir sind jetzt nicht im sommerlichen Norwegen, sondern in England. Wir haben jetzt einen Spielstand vorbereitet. Oder mir wurde ein Spielstand vorbereitet, der ungefähr 10 Stunden im Spiel liegt. Und wie ihr seht, das ist schon alles sommerlicher, sag ich mal. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier finden. Wo vielleicht die Unterschiede sind zu Norwegen. Abgesehen von der Flora und Fauna, wie man das offensichtlich sieht. Nicht mehr verschneit. Alles sommerliche Farben. Wobei hier könnte auch im Herbst sein eigentlich. Ich bin kein großer Botaniker. Aber das sieht hier schon deutlich anders aus. Finde ich auch ganz cool, dass man so zwei, ja wirklich schon Kontrast hat. Das winterliche Land zu Norwegen. Und jetzt waren wir fast noch geschwärts. Entschuldigung dafür. Und einmal auf die Map geschaut. Weil, äh, genau. Wir wollen zu diesem Aussichtsturm hier oben, ähm, Segel einholen. Weil wir, Assassin's Creed-mäßig, unsere Karte immer, also große Areale immer noch mit diesen Aussichtstürmen freischalten. Oder mit diesen markanten Landschaftspunkten. Das sind ja nicht immer Türme. Da müssen nicht immer Türme sein. Aber wir können auch so durchsegeln und tun damit die Karte freischalten. Und jetzt sind wir in Gran Taschete. Wie ihr seht, die Namen sind nicht besser geworden. Aber das ist auch ganz egal. Denn wir wollen hier nur plündern, rauben und die Karte aufdecken. Lesen tun wir jetzt nicht. Ja, das Klettern funktioniert noch immer genauso wie in allen Teilen davor. Also da hat sich nicht viel geändert. Da bleibt Ubisoft sich ein bisschen treu. Und dann synchronisieren wir wieder. Oder wie zum ersten Mal jetzt in diesem Video. Aber jeder Assassin's Creed-Spieler kennt diese Michael Bay-Kamera-Rundfahrt. Wenn man auf dem Aussichtsturm seine Karte synchronisiert. Jetzt habt ihr auch die Landschaft mal gesehen. Die Weitsicht sehr schön wie immer. Da unten ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, keine Ahnung, eine Festung will ich jetzt nicht sagen. Aber es sieht so ein bisschen aus wie ein größerer Hof mit Türmen. Also ein kleines Dorf. Und da seht ihr auch überall, da hinten ist Meltburn. Wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Siedlung. Und überall, wo diese blauen Pfeiler hoch schießen in die Luft, sind Rätsel. Also da sind ganz viele. Ja, sieht schön. Ah, okay. Also auch in England gibt es Schnee. Also sieht man zumindest. Vielleicht ist es auch noch Skyline. Wahrscheinlich je weiter wir nach Norden kommen. Also gelb ist immer Plündern und... Alles klar. Wir sind in der fettesten Giftsuppe, die ich gesehen habe. Egal. Ja, böse. Udbech. Was ich euch noch nicht gezeigt habe. Wir haben so einen netten Raben dabei. Hier. Mit dem können wir so über die Karte fliegen und so ein bisschen die Umgebung anschauen. Das ist genauso wie in Far Cry Primal zum Beispiel. Da hattet ihr auch eine Eule, glaube ich. Oder auch so einen Adler. Und dann könnt ihr so ein bisschen schauen. Und euch die Karte begutachten. Aber ich glaube, die Gegner markieren. Kann ich irgendwie nicht. Vielleicht ist es ein Skill. Und diesen Schlüssel hier hinten, den brauchen wir. So viel habe ich auch schon gelernt. Um diesen Schatz aufzusperren. Deswegen machen wir hier mal eine Markierung hin. Tag. Dass ich weiß, wen wir brauchen. Also dahinter. Wir können uns hier schön im hohen Gras verstecken. Und hoffen, dass sie uns nicht sehen. Weil wir versuchen jetzt mal wirklich ein bisschen sneaky vorzugehen. Ja, dazu müsste man schneller treffen. Sonst sehen einen alle. Aber da oben ist noch ein Kunde. Achso. Und der. Oh, 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 oh. Schnell einen hinterher. Der hinterher. Das war knapp. Ah, okay. Wenn man... Ah, man kann sich gut verstecken. Man kann sich gut verstecken. Okay. Okay. Das ist gut. Und der ist... Ist der vergiftet? Ach, der... Der kämpft gegen die Schlange. Das soll er mal machen. Dann nehmen wir in der Zwischenzeit... ...einen Kollegen hier raus. So. Dann nehmen wir den. So. Und dann nehmen wir den noch mit. Fertig. Ach, das ist doch schön. Wie ihr seht, der Bogen ist... Aber die Schlange macht weg. Aber die ist auch vergiftet. Ihr seht, der Bogen ist verdammt stark. Gerade wenn man ein bisschen Kampfdistanz hat, nicht direkt angegriffen wird. Und wenn... Also... Bis jetzt kann man die noch alle fast... Also den Hauptmann haben wir ja nicht mit einem Treffer headshotten können. Kann man auch noch alle direkt so rausnehmen. Das macht schon auch schon Spaß. Aber könnte halt so stark werden. Aber vielleicht gibt es ja auch Gegner, so wie den gerade dann öfters. Dass man nicht mehr alle mit einem Treffer rausnehmen kann. Dann ist der Bogen vielleicht auch nicht mehr so stark. So. Und dann... Zack. Versteckte Klinge. Und... Achso. Und nix. So. Okay. Der ist nicht so nett. Der hat so eine... Der hat so einen Morgenstern, wie ihr seht. Den können wir nachher auch mal ausrüsten. Und wie ihr gesehen habt... Ich habe jetzt übrigens auch ein Schild mitgenommen, um zu blocken. Wenn ich es denn machen würde. Das ist so eine Sache. Ja. Ja. Ich mache es natürlich nicht. Stampfen. 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 Klingt gut. Und aufrechnen. Und... Pam, 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 pam. Ja, die Wurf-Exte. Ich weiß ja nicht, woher sie die so schnell bekommt. Aber sie sind gut. Und dann bin ich die so gut. So. So. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich würde sagen... Wir müssen... Die Sache ist, ich würde diesen Boss erstmal gerne aus dem Weg gehen. Erstmal seine ganzen Kumpanen abschlachten. Und dann... So. Jetzt. Reicht das? Hö. Wieso jetzt mal? Egal. Egal. Nein, nein, nein. Nicht... Also ich weiß nicht, was ich gegen diesen Angriff machen soll. Also ganz... Ja. Und dann... Okay, das hat funktioniert. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Geh weg. Okay, das wird knapp. Das wird knapp. Oh, 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 oh. Okay. Bogen, 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 Bogen. Geh weg. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Bogen. Mach doch. Nein. Nein. Ho. Herrlich. Ja. Also. So. Vergesst nicht euren Bogen. Und er hatte zum Glück... Nein, lasst ihn liegen, den Zwerg. Komm. Ja. Vergesst nicht euren Bogen, liebe Leute. Und äh... Esst reichlich. Wir müssen hier schnell weg. Da kommen... Wir haben die Hus... Alles klar. Vielleicht kann ich was besonders. Ich würde sagen, jetzt neue Axt. Wir schauen mal, was wir so alles ausrüsten können. So. Neue Axt. Was haben wir denn aktuell? Ja. Aber ich zeige euch mal diesen Eisenstern. Und zwar können wir den auch verbessern. Also hier so aufleveln. Ihr seht es hier an den weißen Strichen. Und wir können noch Runen reinlegen. Nicht bei denen, aber das kann ich euch, glaube ich, zum Beispiel bei dieser Rüstung zeigen. Haben wir denn die Beste an? Ja, ich glaube ja. Ähm... Runen. Genau. Und dann können wir hier... Die findet man... Und kann... Ich glaube, wir nehmen Gesundheit. Gesundheit ist immer gut. Dann müssen wir nicht so viel essen. Und damit das alles verbessern. Jetzt haben wir die außerdem abgelegt. Jetzt nehmen wir die. Und verbessern natürlich. Wenn wir es haben, machen wir das und... Äh... Was können wir bei der Tasche? Ich glaube nicht viel. Aber Pfeile nehmen wir noch mit. Können wir noch was verbessern? Können wir die Rüstung noch mal verbessern? Ja. Dann Rüstung noch mal. Können wir, glaube ich, nicht mehr verbessern. Aber haben wir schon ein bisschen was gemacht. Aber wir können auch noch unsere Fähigkeiten skillen. Und da habt ihr drei Bäume, wie ihr das seht. Einmal Rot natürlich aggressiv. Äh... Schaden. Gelb, was so ein bisschen Schleichen mäßig angeht. Und blau ist, glaube ich, der Bogen-Trade. Wir können jetzt zwei Fertigkeitspunkte vergeben. Und das Ziel ist es, immer diese großen Clusterpunkte zu erreichen. Weil da kriegt man besondere neue Fähigkeiten oder viele Bonis, sage ich mal. Hier haben wir einen... Ach, das war das, was ich... Genau. Kettenattentat. Das war das, was ich vorhin gemacht habe. Was können wir hier bekommen? Adrenalinverbesserung. So ein Adrenalinfeld braucht man eben für diese Special-Fähigkeiten. Also diesen 100.000 Wurfechse zum Beispiel. Und ich glaube, das ist aber auch mit unseren zwei Fähigkeitspunkten das Einzige, was wir erreichen können. Ja, hier oben kommen wir mit zwei Bluten. Ja, dann nehmen wir das Adrenalinfeld mit. Ja, erwerben. Schalten wir mit glücklicherweise auch noch einen neuen Cluster frei. Ja. Äh. Was mache ich jetzt mit dem? Zählen. Werfen. Oh. Ja, okay. Einsammeln. Römisches Artefakt erhalten. Schön. Achso, das war's. Ich habe gedacht, man kriegt mehr. Vielleicht eine neue Waffe. Jetzt haben wir so einen schönen goldenen Schädel. Lesen. Ja gut, egal. Da unten ist einer. Was ist denn bei dem? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ehh. Hi, Stranger. Also, der weiß schon, dass er eine Axt im Kopf hat. Alles klar! Keine Ahnung, ob es dem nicht weh tut oder so, aber es sieht zumindest auch ein bisschen blutiger aus. Nur so am Rande. Du hast eine Axt im Kopf. Ja, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist nur ein Kratzer. Komm, lass es stecken. Also Wikinger kennen keinen Schmerz. Komm, lass es stecken. Lass es stecken. Ach so, Axt in Färmen. Ja, komm, hau weg. All your enemies have been slain. Now you rejoice. Oh. Oh. Ich glaube, den haben wir jetzt halt umgebracht. Und kriegen dafür noch zwei Fertigkeitspunkte. Schön. So, Pilze essen. Fliegenpilz essen. Nicht machen, giftig. Also nicht zu Hause nachmachen, aber wir machen das jetzt. Und sind heil. Und müssen jetzt in Flammen packen. Ne, wird blau. Okay, wir machen alle Flammen blau. Blau, blau, blau. Und du auch blau. Und du auch blau. Bleib. Komm weg. Ah, da. Da rein. Schön. Das Rätselslösung ist das Tor in die Unterwelt. Wie aus? Wie aus, hau? Ach so, ne, hat geklappt. Heißt, abgeschlossen. So, wir haben gesagt, wir machen noch ein Rätsel zum Abschluss. Und da ist gerade eins auf der Karte aufgepoppt. Das war noch nicht davor da. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Weil sowas verspricht, schon immer gut zu sein. Und, warte, warte, können wir noch davor... Gehen wir runter vom Pferd. Springen. Ich habe gesunden Respekt. Weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, kennt diese Bereiche, die schon so nach einem Bossfight aussehen. Das ist so einer. Gerade wenn der nette Kollege hier liegt, schon... Egal, wir plündern ihn direkt erst mal. Ich habe schon aufgesprungen. Egal, rein damit. Die stinkenden Schwefelquellen, nichts von rechts ist egal. Da müssen wir hin. Interagieren. Ja, komm. Mach es. Mach es. Habe ich schon mal gesagt, dass ich überhaupt kein Fan von Horrorspielen bin? Nein? Dann jetzt. Soll sich was anziehen? Goneril. Goneril. Keine Ahnung. Böse Zwillingsschwester oder so. Keine Ahnung. Achso. Ja. Jo. Ey, ich bin ja instant tot, wenn ihr mich trifft. Ja. Morgenstern. Here we go. Ja. Ha. Ja, natürlich. Komm. Hier, sonst treffen wir die überhaupt nicht. Und weg. Und weg. Und so viel haben wir schon verstanden. Essen. Okay. Ja, komm. Wir haben ja eh keine Wahl. Ey. Okay. Also, Spezialangriffe mag die nicht. Ah, doch jetzt. Okay, und. Ja. Eine Stärke 90 empfehle ich euch, um mit Level 22 reinzugehen. Ich glaube halt nicht, dass es besser wird, wenn ich das nochmal mache, um ehrlich zu sein. Egal. Lassen wir das. Ich würde sagen, ihr macht euch am besten selber ein eigenes Bild. Assassin's Creed Valhalla kommt dann ab 10. November als Launch-Titel für alle neuen Konsolen rauf. Raus bis auf die Playstation 5. Die kommt am 19. November nach Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Titel. Mir hat es gefallen. Bin aber auch ein großer Assassin's Creed Film Fan. Den Film fand ich nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema. Darüber haben wir aber auch in Insert Coin gesprochen. Schaut euch die neue Folge gerne an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr zu dieser kleinen neuen Reihe mit mir zurückkommt. Denn wir werden das jetzt wahrscheinlich öfters machen. Je nachdem, welches Spiel mir vorgesetzt wird, bin ich gespannt, was ich spielen werde. In diesem Sinne, bis bald. Macht es gut. Bleibt gesund. Und tschüssi. Bis bald. 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 Vielen Dank.